Ich sehe euch und damit Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Luis, mein Kanal heißt Luis Zockt und vielleicht kennen manche dieses Spiel, das ist ARK Survival Evolved und ich habe ja im letzten Video, das heißt vielleicht die letzte Folge FIFA Ultimate Team, eine Abstimmung gemacht, da hat noch keiner abgestimmt, also ich glaube eine Person oder so aber ich will wirklich mehr Leute haben, die das entscheiden, was jetzt als nächstes Format kommt, deswegen bitte abstimmen, bitte bitte, bitte abstimmen Ich habe mir hier ja schon mich erstellt, wie ihr seht, der Name ist noch falsch, das muss natürlich Luis sein So, ihr seht ja schon, ich habe mich nachgemacht, realistisch Ja, und dann würde ich sagen Gehen wir einfach mal rein, ne? Also bitte stimmt nochmal im anderen Video ab Servus Was Wir machen sollen Äh, das jetzt gerade ist nur ein Ausweichvideo Wir sammeln erstmal ein paar Steine Vielleicht spielen wir ja auch weiterhin ARK Survival Evolved Ähm Die Steuerung ist ein bisschen komisch Aber sonst Das Spiel macht richtig viel Spaß zu spielen, kann ich euch nur empfehlen, das zu kaufen Ui, schon Level up Ähm, wir skillen, glaube ich, auf Gesundheit Ähm, und dann holen wir uns Speer Oder Axt Lagerfeuer brauchen wir noch nicht Ähm Ich habe da schon privat ein bisschen gespielt Ich meine, das kostet 54 Euro oder so Ähm Und, ähm Für die Leute, die es nicht kennen Wir sind hier auf einer Insel gestrandet Ähm, und müssen überleben Und ab dieser Insel gibt es Dinos Ähm, und diese Dinos können wir zählen, können wir töten Und, ähm, ja Das ist das Spielprinzip Einfach erklärt Natürlich kann man da Man kann da auch Häuser bauen und alles Man kann da unendlich viele Sachen machen Und man kann auch von denen es umgebracht werden Auf jeden Fall sammeln wir uns hier erstmal ein paar Fasern Ähm, ein paar Steine Die sind sehr wichtig Sind aber auch schwer Ähm, unten rechts seht ihr das Gewicht, das ich noch tragen kann Also, das ich gerade in meinem Rucksack habe Darüber die XP Äh, darunter mein Durst Darunter in dieser Fleischkeule meinen Hunger Warte, das sieht man gerade nicht So Darunter meine Ausdauer In diesem Blitz, die gerade hochgeht Und darunter meine Gesundheit Und da ist schon der erste Dino Den greifen wir aber noch nicht an Weil der Level Oha, der ist nur Level 2 Oh shit, jetzt greift der uns wieder an, oder? Ne, der flüchtet noch Okay Ähm, Glück gehabt Ähm, nochmal Gesundheitskill Und dann machen wir uns erstmal Handschuhe Erstmal ein Lagerfeuer Und dann vielleicht noch ne Ne 50 kostet das Das kostet nur 10 Ja, dann noch die Okay Ähm, dann Machen wir uns erstmal Hier einen Hier Handschuhe Oh, dafür brauchen wir Leder Ähm Was ist denn mit den hier? Ja, den sollte ich machen würden Ähm Hierfür brauche ich Stroh und Holz So, dann ziehen wir uns jetzt erstmal unsere Mütze an Hier rechts seht ihr nochmal mich Das ist ja ein echtes Bild von mir So, und jetzt habe ich ne Mütze an Das kann ich auch zu ner Sonnenbrille umwandeln Und jetzt habe ich Was richtig cooles an Habt ihr's gesehen? Wow Jetzt bin ich ein richtig cooler Typ Ähm, man kann auch Kamera ändern Aber ich weiß nicht wie das geht Ich hab das Spiel noch nicht so lange Ähm Vielleicht hier? Ne, das ist Map Ach, ich hab gekackt Wo ist es denn? Hallo Dann suchen wir erstmal meinen Code Wo ist es? Wo ist es? Shit Ich hab's verloren Ähm, später können wir unseren eigenen Code auch als Dünger verwenden Wenn wir Beete gebaut haben Hier sind manchmal ziemlich krasse Dinos Hier an der Stelle Ich hab mir früher mal ein Haus da hinten gebaut Ähm, erstmal trinken wir was Und jetzt seht ihr unten rechts, dass mir kalt ist Warte Hier Jetzt seht ihr unten rechts, dass mir kalt ist Oh, ein Fisch Level 1 Den nehm ich mir Schon tot Hier unten rechts seht ihr, dass es mir kalt ist Ich nehm den Fisch mal mit an Land Hab ich ja schon erschlagen Das Spiel Ist cool, also nochmal, ich empfehle euch Ähm, dann öffnen wir das Inventar von dem Nein Okay Roher Fisch kriegen wir hier Ja, und dann verschwindet der Okay Ähm, ich hab grad ein bisschen Leben verloren Das ist, weil ich Auf den eingeschlagen hab mit bloßen Händen Hier war letztes Mal ein Spino Das ist so ein ganz großer Dino Mit, ähm Ja Was soll ich sagen Dann holen wir uns vielleicht mal Stoffschuhe Erstmal nicht Ne Kiste Und dann vielleicht noch, ähm Ein Stoffhemd So, und dann machen wir uns das erstmal So, und ich hab hier auch Skins im Inventar, weil ich ne Mod hab Das heißt, wenn ich das da drauf ziehe Dann ist das unsichtbar Aber wir sollen, aber wir wollen ja mein Hemd sehen, ne Hier Ui Wunderschön Und das war ein Lootrop, der grad verschwunden ist Ähm So Dann fällen wir mal einen Baum Das kostet natürlich wieder Gesundheit, ne Weil ich schlag gegen einen Baum, ist ja klar Vielleicht kriegen wir auch ein bisschen Holz Hallo Bisschen Holz Bisschen, ah, ein Holz Okay, perfekt Dann können wir uns jetzt ein Ähm Ah, da brauchen wir noch einen Strom mehr Hallo Uns mal ein bisschen Strom Ja, äh, Strom mein ich Ich hab grad Grad Boah, was ist grad mit mir los Ich hab gerade, glaub ich Strom gesagt oder so So Ähm, gequavtelt Perfekt So, und dann Tun wir die Spitzhacke Das ist roher Fisch Ähm, tun wir das mal Hier unten hin So Also das sind die ganzen Beeren Das sind Fasern Ähm, das ist roher Fisch Das sind die Steine Hier Das sind die ganzen Skins Und das Ist das, was ich im Arm hab Ich weiß nicht, ob man das hier sieht Wartet mal Wow Meine Wunderschönen roten Augen Sieht man noch so halb durch die Sonnenbrille Boah Krass Oh, die Sonnenbrille ist kaputt Egal Egal Michael Wendler Ähm Ich weiß nicht, ob man das grad hier sieht So Auf jeden Ah, da Ja, achtet mal auf den Äh, Arm Der grad Da ist Da ragt so etwas hervor Das ist das Was ihr, wenn ich das Inventar öffne Hier Unten Links seht Das, was so leuchtet Das ist mein Implantat Das Hat jeder Dino Also jede Spezies Auf dieser Insel Ja So Dann bauen wir jetzt mal ein bisschen Stein ab Ne Metall kriegen wir Feuerstein kriegen wir Boom Was brauchen wir denn für ne Axt Jupp Ähm, ein Holz und Ja, okay Da ist mein Code Meine menschlichen Fäkalien Nämlich mit Kann man auch essen, kostet aber Gesundheit dann Weil Das ist ja nicht gut, wenn man Ja, ihr wisst schon Ähm Ich muss auf die Uhr achten, weil das Video wird Etwas länger wahrscheinlich Ich hab ganz vergessen, weil ich angefangen hab aufzunehmen Äh, das Video läuft jetzt wahrscheinlich so Bei euch seit Fünf bis sieben Minuten, keine Ahnung Ähm Auf jeden Fall Ähm Boah Das ist ein Dodo Ich bin jetzt mal ganz ganz kurz ruhig Ähm, tut mir leid, aber meine Mutter kommt grad nach Hause, deswegen Mach ich grad mal mein Mikro aus So, jetzt haben wir den betäubt Und ähm Jetzt können wir den Bären ins Inventar legen Und dann isst er die Und dann haben wir den gezähmt Und grad verhungere ich Das ist das Ja, okay Und dann ist es So, wir haben ja grad, äh, Hunger Und dann haben wir die Bären grad gegessen Hinter uns ist unser Fred Hab ich Fred genannt, einfach so Ähm Das ist unser Dodo Auch nicht viel Ne, Fred Ähm, unseren Fred können wir auch tragen Und den können wir auch werfen Ja, und er folgt uns Und grad erst mal heiß, deswegen gehe ich ins Wasser Ja, und da ist ein Piranha Deswegen Und da sind auch gefährliche Fische Ein Rochen Okay, Fred, komm Wir gehen jetzt mal aus dem Wasser So, da ist ein Level Zweier Da ist ein Level Zweier Da ist ein Level Zweier Ein Männlicher Ähm, Fred ist männlich, ne? Ne, Fred ist weiblich Dann müssen wir den leider umbenennen, ne? Optionen Namen ändern So, dann gehen wir jetzt mal schnell ins Inventar Weil die hat Essen dabei Also wir haben auch noch Essen dabei Aber Oh Also wir haben auf jeden Fall nicht viel Essen am Anfang Das ändert sich dann mit der Zeit Wenn wir auch, äh, Fleisch und so haben im Inventar Dann, aber Grad im Moment Müssen wir uns von Bären ernähren Äh, das ist halt der Anfang Ähm Dann Holen wir uns vielleicht einen männlichen Das ist Code von den Ähm, Dodos Den männlichen, hallo? Was war das gerade? Ja, okay, waren die Dodos Oder? Hoffe ich Hoffe ich auf jeden Fall Ähm, ja Männlicher So, der ist jetzt Ohnmächtig Und dann tun wir dem Die Bären rein Das hört sich nicht an nach einem Dodo Oh Ich glaub, der mag uns nicht Das ist dann Fred Das ist jetzt Fred Uff Manchmal gibt es den Bug, dass Ähm, wenn ich einen benennen will, dass das dann Ähm, nicht auf annehmen gehen kann Und dann muss man einfach ganz kurz aus dem Programm rausgehen Deswegen Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt Ihr habt wahrscheinlich dann das Pausemenü ganz kurz gesehen Ähm Und da kommt Fredeline und Fred Die bekommen irgendwann mal Kinder Das sind Oh, die haben gerade einen Fisch gegessen, wie ihr gerade seht Ähm Ich hoffe jetzt mal, wir kriegen noch ein paar Major Berries Das sind die Lilannen Ja Einen bisher Noch zwei Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön So, Fred Fredeline Du willst ein Level aufsteigen Na, das ist aber toll Ähm Joa Dann ziehen wir dich in Gesundheit, damit du uns nicht direkt wegstirbst, ne Und dann Fred Dir nehmen wir noch ganz kurz dein Essen wieder aus dem Inventar Ich weiß, das ist unfreundlich, aber Das Unteressen Ähm So Oh, ich verdurste Dann schnell ins Wasser Köpper Und ich habe gerade schon wieder ins Wasser geschissen Nehmen wir natürlich mit Brauchen wir später Oh, unser Dodo hat gerade geschissen So, nehmen wir Mette Ähm Ja Ja Arc ist ja ein ganz nettes Spiel Ähm Dann schreibt mal gerne in die Kommentare, bitte Ähm Ob ihr davon vielleicht noch weitere Folgen sehen wollt Oder Welches Format ihr denn sehen wollt Und wir verhungern gerade Deswegen Finde ich gerade nicht so toll Ähm Ja, vielleicht essen wir dann unsere Major Berries Und Dir nehmen wir das Essen wieder aus dem Inventar Nein, du gehörst ja noch nicht uns Jetzt gehörst du uns Dich nennen wir Franz Nee, ist ne Frank Leine So, da bin ich wieder Musst ganz kurz Ach man Ähm Optionen Namen ändern Frang Äh Weil ich verhunger gerade Und ja Ich heiße wirklich Luis Und nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich Die alle so nennen, weil ich irgendwie Frank oder Frank Oder Fred heiße oder so Ich finde die Namen einfach süß für so'n, äh, Dodo Ja Leute Äh, dann würde ich das Video an dieser Stelle erstmal stehen lassen, ne Wir haben drei Dodo's gezähmt Ich weiß nicht, ob ihr das, äh, weiter sehen wollt Deswegen schreibt's in die Kommentare Dann hau da rein Mein Name ist Luis, mein Kanal heißt Luis Zockt, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren Und schreibt in die Kommentare, ähm, welches Format wir das nächste Mal machen sollen In diesem Spiel Oder ob wir arg einfach fortsetzen wollen Bis dahin Tschö 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 Tschö